Dadurch schon. Und du machst dann die Tür offen? Oh. Ah, vier Drohne. Und da war gerade eine flackernde Wand. Also scheint es keinen Herrscher gegeben zu haben, sondern ein Rad. Ja, einen recht großen Rad. Oder nee, das könnte eine Anspielung sein. Also man hat hier, nach außen hin, also zur Öffentlichkeit, den Rad aus vier Leuten. Und im Hinterkämmerlein ist einer, der die Schritten zieht. Nämlich er hier. So, eine rotes. Das waren Büschenheilungen. Magietrank ist gut. Unheilige Feuersbrunst. Das ist wieder so eine Flammenbarriere, wie das andere Asche und Schieß mich tot. Asche und Schlacke. Jede Kreatur, die Barriere durchschreitet, erleidet Schaden. Jede Kreatur, die das Gebiet betritt, erleidet Schaden. Hm. Na gut. Schön, dass es so viele Zauber gibt, die genau das gleiche machen. Oh, hier kann man auch durchgehen. Drei Geheimwände. Das ist ja komisch. Hm, na gut. Hier war irgendwo Feuer. Aha, ist ja komisch. Ah, okay. Komischer Raum. Na gut, also das hätten wir jetzt auch. Dann bleibt noch das Gebiet da. Müssen wir nach oben. Und dann gleich hier daran folgen. Und wir haben immer noch keinen Händler gefunden. Das ist echt... Schon wieder so ein Loch. Genau wie in der Burg auch. Und was hast du zu sagen? Das heilige Zeichen ist aus Stein. Es ist uns teuer. Gib es hin. Dann, nur dann kannst du hinein. Dies ist der ganze Sinn. Ein heiliges Zeichen aus Stein. Hm. Stein? Das ist hier nicht richtig. Ah, er scheint in echt ein religiöses Symbol also zu sein, dass wir es finden müssen. Aber gut, wenn wir das gefunden haben, dann können wir auch gleich in der Burg wieder vorbeischauen. Blauer Schlüssel... Oh, das scheint wichtig zu sein. Das Gebäude. Aber einen blauen Schlüssel haben wir nicht. Wir haben nur grün und grün. Was haben wir da noch? Oh, das war ein Fleischsymbol. Na gut, also hier hatten wir einen blauen Schlüssel, den wir noch brauchen. Und irgendwo anders war noch ein blaues Schloss. Ich glaube da... Na gut, aber wenn wir hier weiter der Mauer folgen, müssten wir auch noch in ein anderes Gebiet kommen, das wir nicht kennen. Und irgendwo kriegt wieder was. Da kriegt was. Naja, doch ein bisschen hat der Punkt was gebracht in Stichwaffen. Aber nicht so viel. Also aus anderen Rollenspiel ist man schon ein bisschen eher gewöhnt, dass es so unbalanciert ist. Das heißt, man kriegt ein, zwei Level-Ups und schon ist man der absolute Superheld, wenn man sich mit den Kreaturen von zwei Leveln vorher vergleicht. Aber hier ist alles ein bisschen weiter auseinander. Also selbst wenn man jetzt ein, zwei Level-Ups hat, ist man nicht so viel stärker. Oh, waren das die von uns auf den Boden geschmissenen Zettel? Ich will das Oberkommandos. Äh, ne? Alle müssen die Stadt evakuieren. Ne, das hatten wir schon. Aber hier waren wir noch nicht. Sonst hätten wir das auf jeden Fall mitgenommen. Oh, ein blauer Schlüssel. Das ist schon mal super. Den behalten wir gleich in der Hand. Ähm, 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 da war das, ne? Okay. Also kehrt mal, schon gucken wir da mal rein. Weil von der, äh, Architektur sieht das Gebäude hier ein bisschen wichtiger aus als das da oben. Da rum, da rein und klick. Aber wenn's ein wichtigeres Gebäude ist, dann wird's auch besser gesichert sein, hm? Äh, ja, da war grad wieder ein Stein. Aber die Monster sind alle noch schön alleine. Apropos alleine. Bleib mal da stehen. Ah, mal gucken, was er macht. Komm, butt, 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 butt. Er bleibt echt stehen. Ne, ne? Okay, so schlecht ist die KI dann doch nicht. Weil jetzt müssen wir vorgehen und ihn hauen. Dann können wir vom Stein erwischt werden. Na gut, beim nächsten Mal. Und vor. Und weg. Ah, das war knapp. Dummes Vieh. Oder, na, klug ist wie, aber trotzdem. Hm. Ist der Stein grad zweimal von links nach rechts gerollt? So. Den machen wir jetzt so kaputt. Ich hab ein Lust auf den Stein. Der eine Tod hat mir gereicht durch den Stein. Und die andere Nahtoderfahrung unten in der Unterwasserstadt. Oh, wie bist du denn da? Schön. Es hat sich wieder irgendwo irgendwas geöffnet. Oh, was waren grüne Punkte? Gegner, oder? Okay. Komm, wir wollen schauen, was du da hinten noch hast. Nichts. Schnell. Da war eine Tür, aber die Tür kriegen wir nicht auf. Da auch. Ne, hier ist was offen. Schön. Stundenglas des zeitweiligen Einfrierens. Das klingt wieder wie so ein Einmalding. Hält die Zeit für eine Weile an. Hm. Das kann auch praktisch sein, um irgendwelchen Pfeilen auszuweichen. Wie den rollenden Stein jetzt zum Beispiel. Noch was? Okay, Mana. Mana, Mana. Und hinterher. Gut, dann drücken wir den Schalter jetzt nochmal und gucken, ob die Tür da hinten jetzt aufgegangen ist. Ja, gut. Das heißt, man hätte den Schalter einfach in Ruhe lassen sollen. So, da rein. Und eine Säulenfigur. Ach, das waren die unkontrollierten Blitzeschmeißer. Goldenes Fleischsymbol war eine komplette Heilung. Davon haben wir auch schon drei. Und das war's. Was? Ja, doch. Der Raum hat sich gelohnt. So. Raus hier. So, mit der Tür da unten, braucht man da auch einen blauen Schlüssel? Gucken wir mal kurz. Sonst hätten wir noch zwei Grüne im Angebot. Ach, du warst der komische Zugang wie in der Burg. Na, ich hatte ja auch die These, dass es in jedem Gebäude, äh Quatsch, in jedem Gebiet ein kleineres Gebiet gibt, wo man am Anfang nicht rein kann. Damit man später in jeden Dungeon nochmal rein muss. Um das Spiel zu verlängern. Und das ist dann wohl das Gebiet hier aus der unterirdischen Stadt. So. Da noch kurz abgrasen, damit die Minimap vollkommen aufgedeckt wird. War hier nicht auch noch ein Stein? Nee, hier waren nur antimagische Dinge auf dem Boden. So, warum waren wir in der Tür noch nicht drin? Oh, wo kommst du denn her? Und schon wieder 10, 20 Prozent im Level. Das geht ja echt ratzfatz. So, du hast ein grünes Schloss, da haben wir noch ein paar. Ah. Da haben wir so viele Scharen. Immer noch einmal vor, schlagen zurück. Wie heißt das? Finte, Dodge, äh, Retour? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind drei Zeile. Ah, Kist ist immer gut. Vor allem wenn Waffenstillen in der Nähe sind, dann hoffe ich immer, dass es eine Rüstung und eine ordentliche Waffe ist. Feuerwiderstand hatten wir schon mal, ne? Ja. Heiltrank ist auch gut und das war's. Schade. Ja, aber mit einer neuen Rüstung könnten wir auch in der Wasserwelt wesentlich besser vorankommen. Weil diese Hummermenschen waren doch schon ziemlich zäh und haben gut zugekniffen. So, da rein. Ah, nein. Nicht sterben. Ah. Ja, die Steine sind momentan echt mein Hassfeind Nummer eins. Also, klar, man kann ihn eigentlich ausweichen. Aber zum einen sehe ich sie meistens viel zu spät und zum anderen ist die Steuerung so langsam. Und er wartet da drin wieder, dass wir einen Schritt auf ihn zu machen und vom Stein erwischt werden. Ja, ja. Wir kennen dann den Takt. Ja, ne. So wird das nix. Ah. Wie viel Heiltrank haben wir? Ah, wir haben noch ein paar Mana-Tränke über die können wir benutzen. Aber, ne. Ich denke nicht, dass die KI das wirklich selber selbstständig macht. mit ihm da stehen bleiben. Sondern die ist einfach nur so programmiert, dass man nicht auf Gebiete treten darf, wo Fallen langlaufen. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Das ist mir irgendwie lieber, als jetzt mal gegen den Steingegen zu laufen. Und die Fleisch-Dämonen mache ich eh lieber als die Dämonen. Die sterben, wenn sie schon schnell. Befehl des Oberkommandos schon wieder. Ja, wir sollen die Stadt verlassen. Das haben wir schon zigmal gehört. Na ja, es wird wohl an jeden Haushalt verteilt worden sein, hm? Oh. Der ist doch ausgelaufen. Ne. Na gut, da verbraten wir mal ein, zwei Zauber. So geht das gar nicht. So ging das. Na, jetzt fliegt nicht gegen den Stein. Ah. Dieses dumme Blut-Biest. Ich sehe mich schon gleich wieder zerquetscht unter dem Stein. Ja, sag ich doch. Oder war hier noch jemand? Ne. Na komm. Das will ich jetzt versuchen. Und das ohne zu speichern. Na also. Jetzt speichern wir aber. So, wo sind wir denn schon? Da sind wir. LP14. Und ich werde mich immer wieder hier ausruhen, bis die Lebenspunkte voll sind. Oder reicht das noch für eine Heilung? Ah. Ah. Das letzte Zipfel hier und der Punkt hat gefehlt. Naja, kann man nichts machen. Das wär's gewesen wahrscheinlich. Aber gut, wir sehen uns dann gleich wieder.